Ja, liebe Unterstützer des Jugendforums, grüße euch ganz herzlich und sage direkt das nächste JuFo an. Das nämlich stattfindet wird am 12. Mai zwei Straßen weiter von der PPC an der Friedrich-Dessauer-Schule und zwar um 18 Uhr in der Schul-Aula. Ihr seid alle ganz herzlich willkommen, bringt alle Leute mit. Es ist sogar noch mehr Platz drin als in der PPC, also keine Kapazitätsprobleme. Die Themen sind ungefähr dieselben. Wir werden auch nie wieder über ein Integrationspflichtgesetz sprechen. Wir werden über eine Cannabis-Legalisierung sprechen. Wir werden über das Thema Political Correctness sprechen. Was darf gesagt werden, was darf nicht gesagt werden. Also kommt einfach vorbei, wenn ihr Zeit habt. Und ja, wir hoffen, dass wir einfach die Strähnen an guten Veranstaltungen fortsetzen können. Neuer Ort, immer neue Bedingungen. Aber ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ich hoffe, wir sehen uns am 12. Mai um 18 Uhr in der Aula der Friedrich-Dessauer-Schule. Bis dann! Untertitelung des ZDF für funk, 2017